Hallo zusammen! Eine der großen Überraschungen, die Tesla uns am Earnings Call bzw. beim Robotaxi-Event verraten hatte, war, dass sie nächstes Jahr bereits mit einem neuen Business-Modell an den Start gehen. Es wird einen Ride-Hailing-Service von Tesla geben, ähnlich wie wir das von Uber kennen. Nur sollen bei Tesla die Fahrzeuge dann eben autonom unterwegs sein. Und wir schauen uns heute dazu ein paar interessante Zahlen an, wie sich Tesla darauf vorbereitet. Und es gibt natürlich auch noch ein paar andere interessante Tesla-News. Bleibt also dran. Vorher, wie immer noch, der Hinweis auf den Sponsor, der dieses Video möglich macht. Bis gleich. Tesla-Welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Nachhaltiges Zubehör findest du jetzt exakt passend für deinen Tesla mit dem neuen Shop4Tesla-Konfigurator. Und mit Holy habt ihr eine echte Alternative zu ungesunden Softdrinks. Geiler Geschmack mit gutem Gewissen, ohne Blödsinn wie Zucker oder künstliche Aromen. Über die Links in der Beschreibung bekommt ihr Rabatt und ermöglicht es mir, für euch dieses Video zu machen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir reden heute mal wieder über Tesla. Bevor wir das tun, erstmal ein herzliches Dankeschön an den Andreas und den Stefan, die sich beide ein Model 3 bestellt haben und das mit meinem Referral-Code getan haben. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit den Autos. Und wenn das noch jemand anders machen möchte, findet ihr meinen Referral-Code natürlich unten in der Videobeschreibung. Reden wir mal über eine Zusammenarbeit von zwei Elon Musk Companies. Und zwar der Boring Company und Tesla. Die Boring Company, die baut nämlich gerade einen Tunnel in der Gigafactory Texas. Der soll dazu dienen, Cybertrucks, die dort gefertigt werden, schneller nach draußen bringen zu können. Und zwar unterirdisch. Joe Techmeyer, der hier regelmäßig Drohnenflüge durchführt, der hat hier ein Update für uns und schreibt, Die Teams von der Boring Company haben die Installation der Tunnelstraßen-Oberflächenpaneele abgeschlossen. Sie bereiten jetzt den Ausgangsbereich im Westen für die finalen Fassadenstrukturen und Zufahrten vor. Im südlichen Erweiterungsbereich, wo das andere Ende des Tunnels liegt, passiert noch viel mehr. Wir kommen dem Tag näher, an dem wir den Cybertruck durch den Tunnel fahren sehen. Ja, und ein weiterer Post von der Boring Company, der zeigt, dass hier tatsächlich die Arbeiten im vollen Gange sind. Sie üben sogar schon mit der lokalen Feuerwehr und schreiben hier auf X, Vielen Dank an das Austin Fire Department für die großartige Partnerschaft. Die Teams haben regelmäßige Sicherheitstrainings im Tunnel in Texas gestartet. Ziel ist es, immer die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Loop-Systems zu maximieren. Ja, und was sagt der Cybertruck dazu? Der fasst das in einem Wort zusammen. Geburtskanal, schreibt er hier auf X. Hier werden in Zukunft massenhaft Cybertrucks aus diesem Tunnel rollen. Und es ist doch schön zu sehen, wie sich hier zwei Musk-Companies gegenseitig helfen. Tesla kann hier von der Boring Company profitieren, genauso wie sie das mit SpaceX schon oft getan haben und umgekehrt. Und auch das verschafft Tesla dann einen weiteren Wettbewerbsvorsprung, denn niemand sonst hat so einen Tunnel. Ich persönlich warte ja immer noch darauf, dass Tesla mal einen Tunnel zwischen der Gigafactory Berlin und dem Alexanderplatz in Berlin buddelt. Das fände ich super. Das wäre doch das ultimative Mittel für Mitarbeiter, dann so zur Arbeit zu fahren. Kommen wir zu Powerwall. Da hat Tesla ein Video veröffentlicht. Es geht um Erweiterungssätze der Powerwall. Dazu müsst ihr wissen, in den USA ist es absolut üblich, nicht nur eine Powerwall zu haben, sondern zwei oder drei. Denn dort benutzen ja viele Menschen Klimaanlagen und haben dementsprechend einen höheren Strombedarf. Und das Video zeigt ganz klar, Tesla arbeitet auch hier an Verbesserungen. Sie haben es jetzt geschafft, die Installationszeit von mehreren Powerwalls deutlich zu senken. Das durch diese Erweiterungseinheiten und Tesla postet hier, dass diese jetzt in den USA verfügbar sind. Fügen sie bis zu drei Erweiterungseinheiten zu einer einzelnen Powerwall hinzu, um die Systemkapazitäten zu erhöhen. Verkürzen sie die Installationszeit. Ja, das zeigen die ganz klar in dem Video. Die klassische bisher verwendete Methode, zwei Powerwalls zu installieren, die hat 45 Minuten gedauert. Jetzt bringen sie die Zeit hier runter auf nur 28 Minuten. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr dann eben drei installiert, dann habt ihr dementsprechend noch einen größeren Zeitgewinn. Dann schreiben sie weiter. Erweitern sie den Schutz bei Stromausfällen. Damit meinen sie vermutlich, dass man eben mehrere Powerwalls dann auch schneller installieren kann und dadurch mehr Kapazität bei Stromausfällen hat. Und steigern sie damit die Einsparungen bei ihrer Stromrechnung. Ja, ich denke vor allem die Installationskosten können damit eben auch nochmal gesenkt werden. Ganz genau habe ich es jetzt nicht ausgerechnet, aber wenn man sich drei Powerwalls installiert, dann schaut das nach diesem Video zumindest so aus, als würde sich die Installationszeit dann halbieren. Coole Sache. Schön zu sehen, dass Tesla auch an solchen Dingen weiter arbeitet. Kommen wir mal zu einem wichtigen Thema. Tesla hat uns im Earnings Call und auch bei dem Robotaxi-Event verraten, dass sie nächstes Jahr einen Ride-Hailing-Service starten. Ähnlich wie Uber soll man einfach einen Tesla rufen können, der einen abholt und dann von A nach B bringt. Das ist eine große Neuigkeit, denn das verändert das Business-Modell bei Tesla. Von jemandem, der einfach Autos verkauft, werden sie zu einer Mobilitätsplattform. Und das ist eine große Sache. Wir haben erfahren, dass Mitarbeiter dieses System bereits seit einem Jahr testen. Und Tesla hat im Earnings Call gesagt, dass Kalifornien und Texas die ersten beiden Kandidaten sind, wo wir unsupervised FSD dann sehen werden. In Kalifornien ist das vielleicht noch ein bisschen schwieriger und es könnte sein, dass Tesla hier mit einem Safety-Driver am Anfang starten muss, also dass noch jemand im Auto sein muss, der im Zweifel das Auto übernehmen kann. Das ist aber vielmehr eine Frage der regulatorischen Auflagen, die sie bekommen werden. Tesla ist hier sehr zuversichtlich, was die eigenen Fähigkeiten der Software angeht. Und ich wollte heute mal darüber sprechen, wie sich Tesla darauf vorbereitet und warum auch Kalifornien gerade so wichtig ist. Denn Kalifornien ist das Herz von Tesla, wenn ihr so wollt. Ich weiß, Tesla ist inzwischen nach Texas umgezogen, aber in Kalifornien hat alles angefangen. Kalifornien ist das Core-Land von Tesla, wenn ihr so wollt. Hier sind am meisten Tesla-Fahrzeuge unterwegs. Und nachdem Tesla für diesen Ride-Hailing-Service auch die Kunden mit ihren Fahrzeugen mit einbeziehen möchte, ist das natürlich eine großartige Voraussetzung. Ich habe letztens einen Post auf X gesehen, da hat jemand den Parkplatz von Google fotografiert. Und da waren einfach nur Teslas gestanden. Das ist selbstverständlich nur ein Einzelbeispiel. Aber auch wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir, wie erfolgreich hier Tesla ist. Die kommen von der California New Cars Association und hier via Zoya Merit of X. Er schreibt, das Tesla Model Y war in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 das meistverkaufte Elektroauto in Kalifornien mit 105.693 Registrierungen. Also allein dieses Jahr hat Tesla über 100.000 neue Model Y in den kalifornischen Markt gebracht. Und hier mal im Vergleich mit den anderen Herstellern schreibt Sawyer, in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 hat Tesla in Kalifornien doppelt so viele Model Y verkauft, wie alle anderen Elektrofahrzeuge der Top 15 Bestsellerliste zusammen. Das Model Y ist ein Biest. Und genau so ist das. Und Tesla hat seit Jahren das Straßenbild in Kalifornien völlig verändert. Und das betrifft nicht nur Elektroautos, denn Sawyer schreibt hier, das Model Y war tatsächlich das meistverkaufte Fahrzeug überhaupt, einschließlich aller Verbrenner. Und das ist deswegen so wichtig, weil die Zahlen eben genau den Unterschied machen werden. Wenn Tesla zum Beispiel Ridehailing in Stoßzeiten anbietet, dann brauchen sie dafür gar nicht so viele eigene Fahrzeuge. Die werden aus der Flotte kommen. Und Tesla hat alle Möglichkeiten, hier Anreize zu schaffen, dann das Fahrzeug eben in Stoßzeiten in die Flotte zu geben. Das ist der eine Aspekt, den ich euch zeigen wollte. Der andere ist der Ausbau der KI-Kapazitäten bei Tesla. Und der geht ungebrochen weiter voran. Das betrifft übrigens nicht nur Tesla, sondern auch die anderen Musk-Companies. Hier mal ein Beispiel von XAI. Und auch wenn das natürlich keine KI-Kapazitäten für Tesla sind, so sieht das Bild der Entwicklung bei Tesla ganz ähnlich aus. XAI hat einen Supercomputer, der nennt sich Colossus. Und den hat XAI in einer absoluten Rekordzeit aufgebaut, was normalerweise Jahre dauert, wurde hier in wenigen Wochen geschafft und damit noch nicht genug. Hier gab es ein tolles Video von der Firma Supermicro, die natürlich daran auch beteiligt waren. Und hier sind ein paar Posts dazu. Elon Musk plant mit XAI in den nächsten zwei Monaten zusätzlich 100.000 NVIDIA-GPUs im Training-Cluster in Memphis, Tennessee online zu bringen, was die Gesamtzahl dann auf 200.000 erhöht. Dieser massive Cluster namens Colossus wird verwendet, um Grog zu trainieren. Sie bauen und schalten diese Trainingssysteme in Rekordzeit ein, berichten zufolge äußerte OpenAI-CEO Sam Altman kürzlich sogar gegenüber Microsoft-Führungskräften, dass er besorgt sei, dass XAI bald mehr Rechenleistung zur Verfügung haben könnte als OpenAI. Und es sieht so aus, als hätte er recht. Dieses Cluster war bereits der größte Supercomputer der Welt für AI-Training und der wird jetzt nochmal von XAI verdoppelt. Krass ist auch, dass dies in den nächsten zwei Monaten passieren soll. Hier noch ein anderer interessanter Post. Bis Ende des Jahres werden die Unternehmen von Elon Musk, also Tesla und XAI, allein im Jahr 2024 10 Milliarden Dollar an Rechenleistung für das Training bereitgestellt haben. Diese Systeme werden genutzt, um Grog, FSD und den Optimus-Bot zu trainieren. Tesla hat bereits einen NVIDIA H100-Cluster mit 29.000 Einheiten in der Giga Texas in Betrieb genommen. Bis Ende Oktober wird dort die Kapazität auf 50.000 H100-Einheiten steigen und bis Dezember wird eine Kapazität von etwa 85 H100-Äquivalenten erreicht sein. Elon sagt im Earnings Call, dass Tesla derzeit nicht eingeschränkt ist durch die Trainingskapazitäten. Dafür sorgt er mit solchen Systemen weiter. XAI ist das wohl dann auch nicht mehr. Und wenn ihr euch das mal anschaut, die Zeiten, in denen Tesla und XAI das aufbaut, die sind völlig irre. Das schafft sonst niemand und auch das ist ein Riesenvorteil, den diese Firmen von Elon Musk hier haben. Wir beobachten, wie das weitergeht. Falls das für euch hier wertvoll und interessant war, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich wünsche euch alles Gute. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr tragt mit eurem Kauf auch dazu bei, dass ich weiter diese Videos machen kann. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt.